Hypnose to go, dein Podcast, um vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Mein Name ist Simone Kriebs und ich bin Expertin für das menschliche Unterbewusste. Ich bilde aus im Bereich Hypnose, Therapie, Hypnosecoaching und Selbsthypnose und freue mich sehr, dass du diesen Podcast anschaust, denn hier wirst du erfahren, wie dein Gehirn deine Wirklichkeit kodiert und vor allen Dingen, wie du darauf Einfluss nehmen kannst, denn die meiste Zeit fragt unser Unterbewusstes nicht, wie möchtest du etwas wahrnehmen oder bewerten, sondern es entscheidet für dich. Und es entscheidet erst mal aus der Absicht, aus der positiven Absicht und einer guten Lösung, aber ganz oft ist es so, dass das Unterbewusste nicht alle Faktoren berücksichtigen kann, sondern aus einer Emotion heraus entscheidet und dann kommt es manchmal zu Lösungen, die dir langfristig gar nicht guttun oder auch kurzfristig dich blockieren oder hemmen oder dir sogar Schaden zufügen. Heute ist für mich ein ganz besonderes Interview. Ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen länger mir folgst auf YouTube. Ich ernähre mich ja überwiegend vegan. Ich sage jetzt mal überwiegend vegan. Ich würde mir nicht erlauben zu sagen, ich bin Veganerin, weil es bei mir auch immer, wenn ich unterwegs bin, schon mal Ausnahmen gibt. Ich glaube, Fleisch ist schon so ziemlich runter von meiner Liste, aber insgesamt zu Hause leben wir komplett vegan. Und mein Sohn hat eigentlich damit angefangen vor einigen Jahren und es hat eine längere Geschichte, darauf gehe ich gleich im Podcast auch nochmal drauf ein, aus gesundheitlichen Aspekten. Denn deine Ernährung hat unglaublich Einfluss auf deinen Körper und auch auf dein Wohlbefinden. Ernährung und Psyche hängen nämlich auch sehr, sehr stark zusammen. Und ich weiß, dass es vielen Menschen oft schwerfällt, die Ernährung zu verändern oder sich umzustellen, weil oft dann so ein Gedanke von Mangel entsteht oder ich kann ja dann gar nichts mehr essen oder, oder, oder. Und ganz häufig ist es so, dass wir erst so ein krasses Erlebnis haben müssen, bis wir etwas ändern. Und dieses krasse Erlebnis, diesen Schlag vom Bug, wie man so schön sagt, hatte auch mein heutiger Interviewgast Alex Flohr. Ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht kennst. YouTube ist ja mega bekannt, hat ganz tolle Kochbücher rausgebracht. Und sein YouTube-Kanal heißt Hierkocht Alex, wo ich ihn eigentlich drüber kennengelernt habe, wo ich mir Rezepte schon von ihm angeschaut habe, nachgekocht habe. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, ich frage den Alex einfach mal, ob er Lust hat, hier ins Interview zu kommen. Denn er hat wirklich eine ganz, ganz krasse Geschichte, die er gleich mit dir teilen wird. Er kommt eigentlich aus dem Straßenbau, hat ein eigenes Unternehmen im Bereich Straßenbau gehabt. Und ich glaube, mit 30 ungefähr war er in einem Punkt in seinem Leben, wo er dachte, okay, ich mache das nicht mehr lange, es geht nicht mehr lange gut. Und wie er dann auf den Weg gegangen ist, losgegangen ist für sich selbst, um sich sein Leben zurückzuholen, seine Lebensqualität zurückzuholen und für sich und seine Familie da sein zu können, das erzählt er hier in dem Interview. Und ich freue mich total, dass er seine Erfahrungen teilt und auch Mut macht, auch Menschen Mut macht, für sich loszugehen, Verantwortung zu übernehmen, für die eigene Gesundheit, für das eigene Leben. Und für mich passt das so gut zusammen, weil innere Arbeit und Körper ist ja nicht voneinander zu trennen. Du kannst noch so viel innere Arbeit machen, wenn du dich einfach überhaupt nicht mehr bewegst und nur Müll in dich reinschupfst, was Essen angeht, dann hat das natürlich auch eine Wirkung auf deinen Körper. Du kannst das eigentlich nicht voneinander trennen. Und ich hatte mal einen Podcast meiner Schwester aufgenommen. Folge können wir dir hier auch mal verlinken. Und für sie war das damals so ein Aha-Erlebnis, ist, dass sie sagte, Moment, Nahrung ist sowas wie Medizin für mich. Das wirkt wie eine Medizin, hat einen positiven Effekt auf mich, auf meinen Körper und auf meine Psyche, wenn ich mich anders ernähre. Können wir dir auch hier nochmal verlinken. Mein Sohn ist seit sechs Jahren vegan. Auch das erzähle ich gleich wahrscheinlich nochmal kurz im Podcast. Und für ihn hat es auch sehr starke gesundheitliche Auswirkungen gehabt. Er hatte als Kind schon massive Probleme im Bereich Paukenergüsse, die Ohren immer entzündet. Und auch damals haben wir für eine gewisse Zeit die Ernährung umgestellt und konnten so die körperlichen Symptome verändern. Die konnten sich zurückbilden. Und das hat mich damals schon angefangen zu faszinieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Alex und mit unserem Interview und der berührenden Geschichte, wie er seinen Weg gegangen ist. Ich hoffe, dass er auch dir Mut machen kann, dich inspirieren kann. Genauso wie er viele, viele Menschen in der Community inspiriert, für sich zu sorgen und sich auf den Weg zu machen. Ein kleiner Reminder an dieser Stelle, bevor es jetzt gleich losgeht. Wir haben einen kostenlosen Hypnose-Lernen-Online-Kurs für dich entwickelt. Der heißt genauso wie der Podcast Hypnose to go. Du kannst einfach mal reinschnuppern, wie Hypnose funktioniert. Ich erkläre dir alles über das Thema Trance. Du kriegst Einblicke in Demositzungen, Methoden und Techniken reiße ich an. Du kannst einiges schon ausprobieren. Und ich hoffe, dass du so ein besseres Verständnis nochmal dafür bekommst, wie dein Gehirn funktioniert und das einfach viel, viel mehr möglich ist, dass du viel mehr Einfluss hast. In dem Kurs erwarten dich über 40 Videos mit über 9 Stunden Videomaterial. Es lohnt sich reinzuschauen. Und ich bin mir sicher, du wirst davon profitieren. Schreib mir gerne, wie dir der Kurs gefallen hat. Like die Folge. Teile die Folge. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, denn das hilft mir natürlich, anderen Menschen auch angezeigt zu werden und auch so mehr Menschen zu erreichen. Und ich danke dir für deine Unterstützung und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview. Esther! Hey! Hey, herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass ich dich gewinnen konnte für unseren Podcast Hypnose to go. Auch wenn du mit einem ganz anderen Thema arbeitest, da wirst du ja gleich nochmal drauf eingehen. Und ich habe mich wirklich, ich habe das gerade schon kurz vorher gesagt im Vorgespräch, mega gefreut, dass du zugesagt hast, weil ich bin so ein heimlicher Fan von deinem YouTube-Kanal, habe schon einiges nachgekocht. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und von daher wird es mit Sicherheit eine coole Folge werden, können wir jetzt schon sagen. Ja, davon gehe ich aus. Ich habe nämlich, du hast noch so einen anderen Kanal nämlich aufgezogen. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt wirklich im Moment stand, der Ding ist, wo du Sachen vorstellst, ne? Menschen vorstellst. Ja, das hatte ich mal gemacht. Genau. Seit zwei Jahren auch schon nicht mehr dieses Format, das hieß tatsächlich, vorgestellt. Aber ich habe da zeitlich einfach nicht mehr im Streifen. Auch gar nicht jetzt als, das musst du weiter machen, sondern da habe ich von deiner Geschichte erfahren und habe gedacht, ich möchte dich hier im Podcast haben. Sehr schön. Weil ich glaube, das ist es letztlich am Ende auch, dass man manchmal an einem Punkt steht in seinem Leben, wo man sagt, okay, so geht es nicht weiter und ich muss mich auf den Weg machen. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die mir helfen sollen, können mir irgendwie nicht helfen. Und ich übernehme jetzt Verantwortung und gehe los. Und es ist ja manchmal schade, dass es wirklich an so einen Punkt kommen muss, also dass der Schmerz so groß sein muss, dass wir anfangen hinzusehen, hinzuhören und auch loszugehen für uns selber. Aber besser dann als gar nicht. Und es ist ja auch bei dir sehr, sehr gut ausgegangen. Es hätte ja auch ganz anders ausgehen. Aber bevor ich jetzt alles erzähle und wir mittendrin einsteigen, stell dich doch mal vor, Alex. Ja, also ich bin Alex. Wie du schon ganz richtig gesagt hast, wie man laut meiner Aussprache erkennen kann, lebe ich hier am Rande Berlins. Obwohl ich ein Mecklenburger, ein Rostocker Gewächs bin, was mir auch immer wichtig ist, dass ich das betone, aber man hört es mir einfach leider nicht mehr an. Ich bin mit dem Alter von neun Jahren hier an den Rande Berlins gezogen und Liebe ist tatsächlich hier in Brandenburg auch, aber halb Mecklenburger, halb Brandenburger. Ich bin, bevor ich mich mal auf die Spur des Veganers gemacht habe oder zum vegan fressenden Typen geworden bin, ich bin eigentlich von Hause aus Straßenbaumeister, also Handwerksmeister und das auch voller Leidenschaft. Ich habe damals mit 17 Straßentief- und Rohrleitungsbauer gelernt und mich recht fix danach im Anschluss selbstständig gemacht, weil mein Chef damals zu mir gesagt hat, und so würde ich mich auch selber immer darstellen, ich bin keiner, der sich irgendwie gerne was sagen lässt. Also ich bin schon, ja, ich teile mir meinen Tag selber ein und ich gehe gerne den Weg, der aus mir selber herauskommt. Und von daher habe ich mich damals mit 20, nee, mit 21 selbstständig gemacht. Ich hatte zuvor noch Zivildienst gemacht als Betreuer im Behindertenbohnheim. Ja, und habe dann sozusagen, bin dann meinen eigenen Weg gegangen, damals noch mit meinem Bruder zusammen mit einer kleinen Pflasterer-Firma und das war damals 2001, wo die Bauwirtschaft am Boden lag und damals hat man tatsächlich wirklich nur Geld verdient, wenn du wirklich viel und lange gearbeitet hast. Das heißt, ich war vorher eigentlich ein recht sportlicher Typ, also ich habe Radsport gemacht, ich habe Judo gemacht, ich habe Kampfsport gemacht, ich habe Kraftsport gemacht und war wirklich recht fit. Und zu dem Zeitpunkt fing es dann aber an, dass, sag ich mal, der Sport immer mehr so ein kleines bisschen in den Hintergrund gerückt ist, weil ich einfach gar keine Zeit mehr dafür hatte. Und auch das Bewusstsein für gutes Essen ist immer weiter in den Hintergrund gerückt. Ja, also ich würde mal sagen, dass ich da vorher auch schon drauf geachtet habe, zumindest zum Stand, also mit dem Stand des Wissens, was ich damals hatte. Ich habe viel Hühnchen gegessen, so als Sport. Das, was man halt damals eben so, genau, der absolute Klassiker. Also ich sage mal, nach meinem Empfinden her habe ich das schon recht gut gemacht, ja, also dass ich darauf geachtet habe. Das fiel dann irgendwann gänzlich flach. Das heißt, ein klassischer Bauarbeiter, wobei das ja auch nur Klischee ist, aber ich war wirklich einer von denen, der irgendwie morgens losgefahren ist, ran an eine Tankstelle oder zum Bulettenschmied des Vertrauens und da gab es dann gleich die ersten zwei, drei Buletten. Mittags irgendwo einen Döner, nachmittags eine Erbsensuppe und abends habe ich mir dann gut und gerne mal mit meinem Bruder zusammen frischen Eiersalat von 24 Eiern gemacht, das Ganze mit einem Mischbrot versehen. Und ja, ich sage mal, das sind einfach so, man, da waren wir jung und dann gab es abends noch ein Bierchen dazu und noch eine Tafel Schokolade. Na ja, wie das halt eben so ist, ja, dann kommt so dieses kleine bisschen Stückchen Belohnung, so wie man sich das ja immer nennt. Da wird abends noch was geknabbert und du wirst halt einfach immer mehr. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich innerhalb von neun Jahren von recht sportlichen 90, 92 Kilo auf 135 Kilo gewachsen bin, würde ich es jetzt mal sagen. Ich glaube, du bist auch nicht so riesig, ne? Also bist du nicht 2,10 Meter oder so, ne? Ne, leider gar nicht. Also ich bin 1,74, eher so zwergenhaft, wenn man sich heute so die jungen Leute anguckt, die sind alle ein bisschen größer als Ecke. Also das war schon, ich war schon ein anständiger Brummer. Aber nicht nur, sag ich mal, dieses extreme Gewicht, was ich hatte, sondern mit diesem steigenden Gewicht kamen eben auch Stück für Stück Krankheiten dazu. Also alles, was man sich so vorstellen kann, wenn man extrem übergewichtig ist, dass ich schwer atmen konnte, Entzündung im kompletten Körper, in den Knochen, Fettstoffwechselstörungen, eben so der Klassiker. Aber was mich schlussendlich in die Knie gezwungen hat, waren Schmerzen im kompletten Körper. Aber das ging so langsam in den Füßen los, dann ging es über die Knie irgendwann in die Arme. Aber man muss ja auch immer dazu sagen, ich habe ja auch geschündert, wie so ein Blöder. Und da ist es ja auch völlig normal, dass man abends mal sagt, ja mein Gott, ich habe halt viele Steine geschleppt. Klar tut man das nicht. Man bringt das nicht in Zusammenhang mit der Ernährung nur, sondern erstmal auf die Arbeit und den Lebensalltag, ne? Richtig. Also das ist ja auch das Einfachste, immer irgendwie zu sagen, gibt es eine ganz einfache Erklärung für, wo ich mich jetzt nicht für auf den Weg machen muss, um irgendetwas zu ändern. Ja, das weiß ich heute, hätte ich damals auch schon gerne gewusst. Und so kam das dann irgendwann, dass ich unter meinen Schmerzen zusammengebrochen bin, aber wirklich so, dass ich dann seit einem ganz großen Tatütatat ins Krankenhaus gekommen bin. Und da lag ich... Du erzählst das so locker, aber in dem Moment war das bestimmt nicht so spaßig, ne? Ne, überhaupt nicht. Muss man sagen, also ich war damals 31 Jahre, damals schon Vater von drei Kindern. Wie gesagt, selbstständig. Also ich hatte ringsherum, nicht nur für mich, sondern auch Verantwortung für meine Kinder, für meine Mitarbeiter, auch wenn es nur eine kleine Firma war, ist ja völlig egal. Die Verantwortung war da und so ein gewisser Druck ist ja auch da. Und natürlich hatte ich ja auch einen Anspruch, selber zu leben. Ja, also... Wollte ich gerade sagen. ...mal ganz weit vorne. Und ich sag mal, wenn man den Anspruch nicht hat, dann ist sowieso auch alles egal. Den hatte ich aber tatsächlich, glücklicherweise. Und lag dann da irgendwie im Krankenhaus und die Ärzte haben mehr oder weniger die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also ich sag mal, mit 135 Kilo, wie ich eingangs schon gesagt habe, meine Blutwerte, die waren halt wirklich hin. Und haben mich dann an Schmerztropf gehangen. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich immer so der Meinung, egal was man mal irgendwo hat an Schmerzen oder Gebrechen oder was weiß ich nicht, du gibst dich in die Hände eines Arztes oder gehst ins Krankenhaus und die werden dann schon irgendwie mit einer gut platzierten Spritze, Tablette schon irgendwie wieder richten. Nichts war. Und das hat mir tatsächlich Panik gemacht. Also wenn du da irgendwie liegst mit einem Schmerztropf, dir läuft, sag mal, das Schmerzmittel direkt in die Venen und nichts passiert. An der Stelle hätte ich Schiss gekriegt. Und die wussten auch nicht so richtig, woran das liegt und woran das lag. Und dann lag ich da nur. Konnte mich nicht bewegen. Und den Antrieb, den Anstoß, mich daraus aus dieser Situation erstmal selbst zu entlassen, weil ich wollte da unbedingt wieder weg, weil ich gemerkt habe, die können mir auch nicht helfen, war dann eine Patientin oder Patient, ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau, auf jeden Fall wurde der zu mir ins Zimmer gelegt, der fieberte hoch, keiner wusste warum und ich war damals so ein kleiner Hypochonder. Und ich habe gesagt, Alter, ich muss hier raus. Ich muss hier komplett raus. Und da habe ich dann irgendwie an eine Wand gestellt, die Nummer von meiner Frau in mein Telefon eingetippt, habe die angebrüllt, hol mich hier ab. So, und das war dann der Punkt, wo sozusagen meine Reise losging, womit ich mich dann selbst sozusagen damit befassen musste, was mache ich jetzt? Ja, du hattest Todesangst, ne? Du hattest Angst um dein Leben, ne? Und wir Menschen verändern uns ja immer aus zwei Gründen, weg von oder hin zu. Weg von ist immer ein stärkerer Motor. Also wenn der Schmerz unglaublich groß ist, egal ob emotional oder körperliches Gehirn, unterscheidet eh nicht zwischen körperlich und emotionalem Schmerz. Das ist auch ganz interessant eigentlich. Und es ist immer das gleiche Schmerzzentrum, was Feuer hat. Egal ob seelisch oder körperlich. Und in dem Moment, wenn du denkst, okay, es ist jetzt dran, entweder gehe ich den Weg weiter und ich merke gerade, wo es hinführt oder ich mache eine 180-Grad-Wende, ne? Ja. Und jetzt ist es ja so, den Moment zu haben, wo ich das mache. Aber wie hast du es dann durchgezogen? Ich glaube, viele haben so diesen Moment, wo sie denken, oh ja, jetzt ändere ich was. Jetzt ist der Schmerz groß. Aber dann nach kurzer Zeit ist es dann so, dass wir sagen, ach, jetzt geht es ja schon wieder besser. Weißt du, was ich meine? Und dann kippt das. Aber ich sage mal, das waren zwei glückliche oder unglückliche Zustände, die dazu geführt haben. Also ich sage jetzt wirklich Glück und Unglück in einem. Zum einen, dass ich irgendwo gemerkt habe, okay, die Ärzte, die Mediziner können mir nicht helfen. Ja, was auf der einen Seite ein Unglück ist. Auf der anderen Seite das Glück, dass ich verstanden habe, okay, das schreibe ich jetzt erst mal ab. Ja, ich brauche jetzt einen anderen Weg. Und ich lag ja mehr oder weniger bewegungslos denn zu Hause. Also es war ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie laufen konnte. Also mir hatte zumindestens ein Arzt dann erst mal den Rücken durchgespritzt, dass ich mich irgendwie wieder bewegen konnte, weil meine kompletten Muskeln kontrahiert waren. Und hatte dann Zeit, dadurch, dass ich nicht arbeiten gehen konnte, mich mit dem Thema zu befassen. Was mache ich jetzt? Und habe mich dann so auf diesen Weg Selbstheilung gemacht. Und ich habe das zwar schon 10.000 Mal erzählt, aber ich muss das einfach immer wieder sagen. Du musst dir vorstellen, da liegt ein 135 Kilo Typ, ein Handwerksmeister und dann kommt so ein esoterisches Wort wie Selbstheilung. Ja, also das war damals so eine Sache. Das hätte ich eher immer am liebsten von mir geschoben. Aber ich meine, genau das ist es ja, um was es ging. Und bin dann sehr schnell auf die Ernährung gekommen und auf die rein pflanzliche Ernährung. Das war damals eher so auf amerikanischen Seiten. Also das vegetarisch funktioniert, das wusste ich schon. Welches Jahr war das? Das war 2011. Oh ja, das ist ja wirklich früh, ne? Genau, also da war hier noch nichts an Information. Also da gab es mal irgendwo in der hintersten Ecke im Buchladen irgendwo so ein veganes Kochbuch. Aber damit sowas hat man sich ja gar nicht befasst. So, ja, weil man nach sowas gar nicht wirklich gesucht hat. Und da bin ich auf jeden Fall auf diese Ernährung gekommen und habe immer mehr gelesen, so, dass gerade eben tierische Eiweiße dafür ursächlich sein können, was solche Schmerzen und Entzündungen eben auslöst. Und habe dann einfach gedacht, ich probiere das jetzt. Also was soll passieren? Wie gesagt, dass es vegetarisch funktioniert, das wusste ich. Mein Bruder hatte sich schon vegetarisch ernährt. Ich selber zuvor zwei Jahre lang und alle Jude, also Fleisch weglassen, war überhaupt kein Problem. Jetzt lag es noch an den Eiern und Milchprodukten und so. Und bin da da irgendwie reingestolpert. Also ich habe dann abends zu meiner Frau gesagt, du, ich werde jetzt vegan. Da hat sie gesagt, was heißt das? Dann habe ich ihr das kurz erklärt. Da hat sie gesagt, alles klar, kannst du machen, solange ich weiter meine Blutwurst essen kann. Und was für sich nicht. Und ich sage, ja, um dich geht es ja erstmal gar nicht. Das geht jetzt ja rein um mich. Und das war auch eine sehr holprige Angelegenheit, dadurch, dass ich wirklich so mit Gurkenstullen, Tomatenstullen, Salat irgendwie auf Arbeit gegangen bin, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt so genau. War aber schon immer ein Freund von einer deftigen Küche, Gulasch, Buletten und habe dann relativ fix angefangen, mir diese Dinge einfach nachzubauen. Also ich habe einfach gesagt, jetzt versuche ich einfach, mir das, was ich vorher hatte, irgendwie in pflanzlich nachzubauen. Und das ging auch relativ schnell. Also ich bin, wie gesagt, ein leidenschaftlicher Handwerker. Ja, zwar draußen mit Naturstellen, aber habe das einfach in die Küche übertragen und Kichererbsen zusammengematscht mit Haferflocken. Und habe dann irgendwie meine ersten Buletten und ein Gulasch anstatt mit Fleisch mit Kartoffeln. Und habe dann irgendwann gemerkt, das ist ja richtig lecker. Also es ist ja wirklich richtig lecker. Und habe Stück für Stück gemerkt, wie gut es mein Körper einfach tut. Also ich würde jetzt mal ganz kurz am Ende anfangen, am Ende meiner Gesundheitsreise. Das waren, also ich hatte innerhalb von 14 Monaten 50 Kilo abgenommen. Was natürlich der absolute Hammer war, natürlich rein optisch, gesundheitlich, ich habe mich besser gefühlt. Nach vier Monaten damals, wo ich angefangen habe, oder nach einem Monat, hatte ich zwölf Kilo runter. Nach vier Monaten war mein Asthma bereits weg, was ich heute immer noch das krasseste überhaupt finde. Also das ist so schnell. Ich hatte echt eine heftige Atemwegserkrankung. Und als ich morgens nur mit derben Sprays aufgestanden bin und, 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 das war weg. Und Stück für Stück purzelten die Funde, die Schmerzen gingen weg, die Entzündungen wichen aus meinem Körper. Ich hatte damals einen entzündeten Darm, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, das war nach zwei, drei Jahren erst weg. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen war ich nach 14 Monaten wiederhergestellt. Und wenn man überlegt, in was für einem desolaten Zustand ich mich befunden habe, das ist einfach mal nichts. Das ist so eine kurze Zeit. Und man muss sagen, das war eine einfache Zeit, weil ich so super gut gegessen habe. Also das hat mir einfach, das hat mich so beflügelt, mich mehr mit diesem Essen zu befassen. Also das war jetzt kein Krampf. Ja, aus Schmerz zur Begeisterung, ne, eigentlich so diesen Wechsel. Und ich glaube, das ist es eigentlich, warum man dann durchhält, wenn man anfängt. Für mich ist es auch so, ich sehe das dann als Challenge, als, boah, was gibt es da noch? Und mein Sohn, der ist seit sechs Jahren jetzt vegan oder fast sieben, glaube ich, 2017. Und wir hatten, als er klein war, schon so eine ganz krasse Erfahrung, ähnlich wie du. Der hatte, als er klein war, immer Paukenergüsse. Das ist so Wasser hinterm Trommelfeld. Jetzt bist du da Mama, ne, du gehst zum Arzt, der sagt, ja, das muss operiert werden. Was machst du? Du sagst, okay, das Kind muss operiert werden. Winzig klein, ne, drei Jahre alt. Und so, erste OP, Schnitte, zweite OP, Röhrchen, dritte OP sollte wieder sein. Weil immer wieder, ja, die sind rausgewachsen, das müssen wir jetzt wieder machen. Ich sage, ja, wie lange soll das denn jetzt weitergehen? Der ist fünf Jahre alt. Wie lange sollen wir das jetzt machen? Sollen wir den jedes Jahr operieren? Das geht doch nicht. Und ich habe damals einen Arzt gefunden, der ganzheitlich gearbeitet hat, der ein normaler HNO-Arzt war. Und der hatte damals schon gesagt, keine tierischen Produkte, also kein Fleisch, kein Fisch, kein Käse, keine Milchprodukte und kein Zucker. Und ich sollte das sechs Wochen machen. Dann hat er noch so ein paar Globulis bekommen. Und ich komme so, weißt du, mein Vater hat eine Kneipe. Meine Mutter ist jetzt, also auch jetzt nicht irgendwie, ja, weißt du so. Also einfach so, ich komme, bei uns hatte keiner Abi oder Studium. Und ich war mitten selber noch im Studium und habe auch eine sehr, sehr krumme Lebensgeschichte. Deswegen finde ich das halt gut, wenn Menschen ja über ihre Lebensgeschichte sich entwickeln und auch einfach Vorbild sein können an der Stelle. Naja, auf jeden Fall haben wir das sechs Wochen gemacht. Und im Kindergarten war ich so die Verschriene, das Kind muss Diät machen und sowas, weißt du. Also die Leute haben es überhaupt nicht verstanden, dass das was Gesundheitliches ist. Und nach sechs Wochen gehe ich zu dem Arzt, der guckt in die Ohren meines Sohnes und sagt, ja, ist alles gut, ist frei. Ich konnte das nicht glauben. Ich bin zu dem ursprünglichen Arzt wieder hin und habe die Ohren untersuchen lassen. Weil ich dachte, der macht mir was. Ich dachte, der verarscht mich wirklich. Und ich bin zu dem anderen Arzt, der gesagt hat, wir müssen operieren. Und der guckt in die Ohren und sagt, nee, ist alles gut, ist keine Entzündung mehr. Ich habe nicht den Rückschluss gemacht, dass das vielleicht sinnvoll sein könnte, weiterzumachen oder auch mal selber darüber nachzudenken. Und ich meine, das war, als mein Sohn sechs war, also es ist jetzt fast 20 Jahre her. Er hat dann irgendwann, wie das so ist bei jungen Leuten, als er dann erwachsen wurde, angefangen Ketogen zu essen. Die machen alles durch. Er hat aber gemerkt, das tut ihm gar nicht gut. Und es irgendwann über Freunde von mir, die sich vegan ernährt haben, er hat im Studium so Interviews geführt über Ernährung und hat Psychologie studiert. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auf jeden Fall hat er dann das Interview gemacht und hat gesagt, ich mache das jetzt auch. Und dann haben wir angefangen, zusammen das zu machen. Weil ich dachte, okay, ich bin dabei, wir gucken uns das an. Er hat es auch durchgezogen komplett. Ich würde nicht behaupten, ich bin Veganerin, aber zu Hause leben wir vegan. Und ich versuche das überall umzusetzen, wo es geht. Und manchmal habe ich das Problem, wenn wir unterwegs sind, da würde ich gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, ich liebe halt gutes Essen und gut zu essen. Es ist aber da, wo wir wohnen, echt manchmal so ein bisschen rudimentär. Oder wenn ich eingeladen bin, es ist manchmal schwierig. Ich neige oft dazu, dann vorher zu essen. Aber irgendwie nimmt es mir so ein bisschen an der Stelle die Freude in den Momenten. Und vielleicht hast du da, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe nicht den Rückschluss gezogen, obwohl ich es erlebt habe, wie krass diese Ernährung wirkt damals, dass sich da was ändern könnte für mich. Also mittlerweile sehe ich das ganz anders, aber verrückt, oder? Auf jeden Fall. Also ich sage mal, wenn mir das damals einer einfach so erzählt hätte, ohne dass ich vielleicht so ein Leiden hatte, wie ich es hatte, hätte ich mich glaube ich auch niemals dazu entschlossen, irgendwie vegan zu leben. Aber dadurch, dass ich sozusagen dieses große Geschenk, meine Gesundheit zurückbekommen habe, meine Vitalität zurückbekommen habe, gibt es für mich da gar keinen anderen Weg mehr. Also ich kann das auch durchaus verstehen, wenn einer sagt, also man muss ja auch nicht hundertprozentig vegan leben. Ich mache es, weil bei mir hat es einfach... Ich finde es aber irgendwie toll. Also ich finde es schon bewundernswert und toll, muss ich ehrlich sagen. Wirklich, Hut ab. Das, was du gerade erzählt hast, mit unterwegs und irgendwo anders zu essen, also das kann ich natürlich durchaus nachvollziehen. Also wir haben das einfach so gemacht damals, wir haben irgendwo was mit hingenommen, wenn wir irgendwo hingegangen sind sowieso, weil ich auch gar kein Aufsehen irgendwie erregen wollte. Ja, der ist jetzt hier noch sehr vegan, wir müssen jetzt hier extra was machen. Wollte ich überhaupt gar nicht. Also es war irgendwie nie so mein Anspruch, mich damit nach vorne zu stellen oder irgendwie zu missionieren. Überhaupt gar nicht, bin ich gar nicht der Typ dafür. Also haben wir unser Zeug mitgenommen. Wenn ich unterwegs bin, unsere Jungs sind zwar groß, sie sind schon 16 und 18, aber trotzdem werden hier morgens noch Stullen für die Arbeit geschmiert von uns. Du, dann mache ich mir jetzt selber irgendwas zu essen. Also ich sage mal, ob ich mir jetzt meinen leckeren Früchte, Haferquark hier morgens für mich zu Hause mache oder das danach noch in den Glas fülle oder was, das ist gar kein Problem. Ich wohne ja auch nicht in einer veganen Metropole, also ich lebe da nicht in Berlin. Also wir leben hier wirklich so grün am Rande Berlins in Brandenburg. Also hier ist auch nichts. Nichts. Nee, gar nichts. Aber wenn wir irgendwo essen gehen, damals hätte ich immer gesagt, also Pommes gibt es überall, auch wenn es jetzt nicht gesund ist oder so. Aber komm, mach mir irgendwie Pommes mit einem trockenen Salat. Ich bin ein Pommes-Kind. Ja, also damit war ich dann irgendwie glücklich und happy. Und mittlerweile ist es ja so, dass man auch so in kleineren Ortschaften, auch die Köche soweit sind, dass man sagen, du lässt mir das weg, lässt du mir das weg und machst irgendwie was, wir sicken ein bisschen Brokkoli dazu und dann hast du halt irgendwie ein veganes Essen. Ich verstehe durchaus, was du meinst, dass man irgendwo essen geht und man träumt ja immer so von dem Essen, wenn man essen geht. Das soll eigentlich besser sein als zu Hause. Von dem habe ich mich irgendwann mal verabschiedet. Schwierig. Genau. Aber ich lebe damit ganz gut. Und wie gesagt, wenn man jetzt das nicht so hundertprozentig macht, ja mein Gott, wenn ich halt außerhalb mal ein Stück Käse esse, dann kann das ja jeder machen. Ich habe mal für mich entschieden, ich mache das nicht mehr. Also Stand heute, wer weiß, was irgendwann mal kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich kann ja immer nur für heute reden. Und ich lebe da jetzt wieder mit. Wir haben letztes Jahr geheiratet, mein Mann und ich, muss ich ja jetzt sagen. Glückwunsch, nachdenklich. Wochenende, ja, wir hatten ein Wochenende geschenkt bekommen von unseren Mitarbeitern. So ein Wellnesswochenende. Und abends gab es wirklich eine vegane Karte. Ich war total happy. Ich dachte, krass, krass, auch richtig lecker, gut gewürzt. Also das ist es ja. Oft steht vegan dran, aber es schmeckt nach nichts. Es ist einfach nur Gemüsepampe, aber wir haben vegan. Und ich habe auch das Problem, ich will das nicht sagen. Ich will nicht so einen Umstand machen. Das ist vielleicht auch noch so aus diesen Kneipenszenen. Man will bloß nicht irgendwie unnötig auffallen und irgendwie kompliziert sein. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ganz genau, ganz genau. Und gerade wir Frauen werden ja schnell so in diese Kompliziertecke geschoben. Und dann sage ich das oft überhaupt nicht. Und alles super, hat mich total gefreut. Und morgens war ein veganer Aufstrich. Und der war so von, ich glaube, 1970 aus dem Reformhaus. Und man denkt, das muss echt nicht sein. Aber man muss schon sagen, es ist auf dem Vormarsch. Was mir öfters begegnet, warum ich, wenn ich irgendwo bin, gar nicht versuche, das zu erwähnen. Natürlich, wenn die Leute dich ein bisschen kennen, kriegen sie es halt mit. Aber ich versuche das immer gar nicht zu erwähnen. Weil ganz oft dann so Diskussionen entstehen. Und die kommen, habe ich gefühlt, gar nicht, dass ich das anstoße, sondern dass das so ein Bedürfnis ist von den Menschen. Wie ist das bei dir? Erlebst du das auch? So ein Bedürfnis, dass die dann anfangen, darüber zu diskutieren mit dir oder dir Fragen zu stellen. Also sowas wie, ja, warum müsst ihr denn Fleisch nachmachen, wenn ihr kein Fleisch esst? Dann nennt es doch auf eine eigene Art und Weise. Also es ist doch eine Unverschämtheit. Dann nennt man das doch nicht Fleischsalatvegan. Das darf man doch nicht. Ihr müsst eine neue eigene Sprache erfinden. Ich denke dann so, ich werde da gerade in so eine Schublade geschoben, wo ich gar nicht rein möchte. Hast du sowas? Und wie gehst du damit um? Das würde mich mal interessieren. Also ich kenne es eher selten. Aber ich sage mal, der Klassiker ist wirklich das, was du gerade gesagt hast. Also ich finde das total in Ordnung, was ihr macht. Aber warum muss man eine vegane Teewurst nennen? Und dann merkst du schon, da ist irgendeine aufgestaute Energie in diesen Menschen drin. Und haben jetzt wirklich mal gewartet, um dir diese Frage zu stellen. Und dann hebelst du das ganz einfach aus mit einer Sache, du, weil es mir schon immer geschmeckt hat. Und eine Bockwurst schmeckt auch nicht nach Schwein, sondern nach den Gewürzen. Also kann ich doch auch einfach eine andere Masse nehmen. Ich sage aber, eine Bockwurst kenne ich tatsächlich aus Kindestagen an. Und wenn man irgendwie eine Alternative möchte, wenn man auf den Geschmack der gewürzten Masse nicht verzichten möchte. Warum soll ich es denn nicht einfach so nennen? Und ich sage mal, Fleisch kann alles sein. Also wir haben auch früher auf der Baustelle, wenn man irgendwie was Holziges hatte, dann war das eine fleischige Masse. Oder wenn man Steine hatte, dann war das Stück halt ein Fleisch. Mann, mein Gott. Und das ist einfach so Angst vor irgendetwas Neuem. Also ich verstehe das so wirklich überhaupt gar nicht. Also weil ja da wirklich so eine totale Emotion mit drin ist, als würde ich irgendjemandem was wegnehmen wollen. Weil ich sage mal, die Regale sind ja nach wie vor voll mit dem Zeug, was andere Menschen jeden Tag essen. Die können auch darauf zurückgreifen. Und alles, was wir so essen, ist extrahiert irgendwo an der Seite. Das ist im veganen Regal. Ist auch riesengroß geblendet mit vegan, sodass gar nichts schief gehen kann. Ich bin dankbar dafür, dass es mittlerweile so ist, dass es Alternativen gibt. Vor allem für die Leute, die heute irgendwie anfangen, sich umzustellen. Und jeder andere kann doch sein Zeug essen von früher, wie er möchte. Also ich sage mal, wenn der Aufschrei so groß gewesen wäre, wie von einem Plumpsklo damals zu einer Toilette mit Wasserspülung. Ja, das ist genau das selbe. Da haben die Leute sich gefreut. Das darf man nicht Toilette nennen. Ja, ja, das kannst du doch nicht machen. Oder ein Eheauto kannst du nicht Eheauto nennen. Mein Gott, das sind alles Alternativen. Und Alternativen sind ja per se nichts Schlechtes. Wir entwickeln uns ja weiter und auch sowas entwickelt sich weiter. Und man braucht da gar keine Angst vor haben. Also ich möchte keinem was wegnehmen. Mir soll aber auch keiner was wegnehmen. Ich glaube, manchmal ist es auch, dass ich auf einer unterbewussten Ebene, ich sage es jetzt mal so, weil das ist ja mein Thema, das Unterbewusstsein. Ich glaube, ich weiß, dass ich nicht immer gut zu mir bin. Und manche Sachen mir auch nicht gut tun. Und jetzt ist da einer, der mir zeigt, es geht auch irgendwie anders. Und das kratzt ja so ein bisschen daran. Es ist wie so, wenn du mit vielen Pärchen zusammen bist und auf einmal trennst du dich als Paar. Das ist ja für andere auch eine Bedrohung. Oh Gott, die machen das jetzt. Das ist eine Option. Wenn man vielleicht gar nicht mehr klarkommt, man könnte sich trennen. Oh mein Gott, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, das hat eigentlich was nur mit ihnen selbst zu tun. Weil warum stört es mich, ob das vegane Wurst heißt? Also das muss ja, das kann ja nicht das Produkt selber sein. Das kann ja nicht sein. Und vielleicht einfach so ein Hinweis wie, was nicht so gemeint ist. Man stellt sich auf dieses Ranken, Statuswip. Oh, ich ernähre mich jetzt gesünder. Weil ganz oft kommt dann auch, ja, vegan ist ja auch nicht immer gesund. Das stimmt ja auch alles. Das ist ja auch alles richtig. Und Soja ist ja auch nicht immer umweltfreundlich. Und dann denkst du so, aber pfff. Es wird sich eher damit befasst, wo kann ich jetzt noch was gucken, warum das irgendwie nicht so gut ist. Und das, was du gerade eben gesagt hast, sich alleine angegriffen zu fühlen, weil ich sehe, okay, das könnte ja eine Alternative sein, vielleicht sogar was Besseres. Ja, dann kommt so ein bisschen Tierethik und Umwelt. Und ja, und alles. Irgendwie hat man ja irgendwo schon mal was gehört mit dazu. Und was es dann noch viel schlimmer macht, wenn derjenige eigentlich gar nicht drüber redet. Ja, sondern er macht das einfach und ist halt einfach mit dieser Lebensweise präsent. Ohne es zu sagen. Das macht die anderen noch viel wütender. Wisst ihr, wenn man hinkommen würde, das wäre ja für die viel einfacher. Ich sage, ich bin jetzt vegan, warum machst du das nicht? Ja, dann könnte man sich irgendwie streiten. Nee, macht man gar nicht. Man ist einfach da und man existiert. Und das macht die Leute noch viel wahnsinniger. Schade eigentlich. Ja, das ist wirklich interessant. Wir haben dieses Jahr noch große Hochzeitsfeier. Also letztes Jahr haben wir so klein geheiratet. Und dann habe ich auch gesagt, ich möchte ein veganes Buffet. Ich möchte das. Also wir leben das überwiegend. Und da habe ich Einfluss drauf. Und wenn ich woanders eingeladen bin, sage ich ja auch nicht, du musst das anders machen. Aber ich möchte das gerne. Und wir haben jetzt auch einen coolen Caterer hier gefunden. Ich weiß nicht, du kennst die Fette Beta? Ja. Die auch. Ja. Beide zwei Freundinnen von mir. Ah, echt? Sehr cool. Ja. Jessie und ja. Und die haben wir jetzt da gewinnen können. Wir waren mit einem Team, weil eine meiner Mitarbeiterin ist auch vegan. Wir haben einen Kochkurs bei denen gemacht. Also als Team-Event. Und das hat mich halt auch wieder motiviert, noch tiefer, also noch intensiver das wieder zu machen. Bei mir ist das immer so, yeah, läuft, 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 knick. Oh, läuft, läuft, läuft. Aber ich finde, auch das darf sein. Nobody's perfect. Und es ist ja nie zu spät, jeden Tag sich wieder neu zu entscheiden, wie möchte ich halt heute machen. Und das finde ich eigentlich cool, von keiner Seite mit dem Zeigefinger zu kommen. Auch nicht für sich selber mit dem Zeigefinger zu kommen. Ich finde, das lebst du auch ganz cool. Und das kommt auch bei dir so rüber. Und was natürlich, und das hast du ja auch schon öfter erwähnt, was einfach cool ist, dass du als Mann das machst. Und nicht als Mann, du hast das mal so gesagt, so dieser Hippie-Verschnitt, so ich sage mal der Pädagogen-Verschnitt, oder der Psychologen-Verschnitt, wo man so eine bestimmte Erwartung hat, wo sich viele als Männerbild nicht identifizieren können. Du hattest ja auch ein Interview mit Patrick, ist ja auch ein guter Freund von dir. Den kenne ich aus The Game Changer. Genau. Von Netflix gab es auch diese Serie, dass einfach in allen Schichten, mit allen Altersklassen, mit allen Geschlechtern und alle unterschiedlichen Typen das mittlerweile machen. Und dadurch einfach auch eine breitere Lobby und Interesse und Neugierde einfach besteht. Ja, das ist ja immer nur in unserem Kopf, dass wir das so, also du, pass auf, ich lebe mittlerweile zwölf, oder ich ernähre mich mittlerweile zwölf Jahre vegan und wenn ich irgendwo vegan höre, von Veganern höre, habe ich immer noch so ein Bild im Kopf von einem humorlosen, latschen-tragenden Typen, also der ja nicht schlecht ist, ich will jetzt diese Menschen gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen, aber das ist trotzdem immer so ein Klischee, denn ein Veganer ist irgendwie so ein Klappstapper. Klappstapper. Wir sind ja alles, ey, man ernährt sich ja einfach nur anders, wir sind ja völlig, wir sind ja alles die gleichen Menschen und ja, da gibt es halt eben auch so dieses typische Klischee-Mann-Klischee-Bild, was ich wahrscheinlich so lebe, oder Patrick, ey, wir ernähren uns auch vegan, alles überhaupt gar kein Ding, das ist etwas völlig Normales. Ich sage halt immer, wenn du dich aus Angst anders ernährst, weil du Angst hast vom Leben, Angst vorm Sterben, Angst davor, Erfahrung zu machen, weil es gibt Menschen, die ganz viel auf sich achten, diese Selbstoptimierungsdingen, also was sich in unserer Branche halt sehr, sehr viel rumtreibt. Ich hatte letztens noch einen Call, da ging es um das Thema Selbstliebe, und sagte eine, ja, ich bin schon ganz gut in meiner Selbstliebe, aber bei der Ernährung und nicht beim Sport noch nicht. dann sage ich, wer sagt das? Was zum Bullshit einfach. Also es geht nicht um Selbstoptimierung, ich muss eben allen immer toll sein, sondern wie fühle ich mich hier und jetzt gerade, egal wie du dich ernährst, egal was du machst, ob du Sport machst, ob du keinen Sport machst, geht es dir gut, bist du zufrieden oder nicht? Bist du unzufrieden? Änder was. Bist du zufrieden? So what? Wenn ich dann so einen blassen Menschen vor mir habe, wo ich so denke, der hat eigentlich Angst, im Leben zu stehen, dem Leben zu begegnen, Emotionen zu haben, und wenn ich das aus Angst mache, dann glaube ich, hat es auch nicht diesen positiven Effekt, den du zum Beispiel erlebt hast. Also du bist zwar aus einer Angst heraus gestartet, aber du bist ja total lebensbejahend, du bist ja so voll, hey, ich habe Bock auf alles, auf Erfahrung, auf das Leben. Und ich glaube, dass das am Ende noch mehr Kraft hat als die Ernährung. Also deine Persönlichkeit dahinter war auch ein großes Geheimnis deines Erfolges da an dem Punkt nochmal. Das kann man, glaube ich, nicht trennen. Ja, das kann ganz gut sein. Klingt auf jeden Fall sehr plausibel, was du erzählst. Okay. So, wenn jetzt ein paar Zuhörer dabei sind, sagen, hey, okay, aber, das war so lustig, da muss ich dir noch immer erzählen, wir waren ja bei dem Kochkurs von der fetten Bete und da war eine, die sagte, ja, sie möchte das so ein bisschen so für ihn so und der ist vegan und dann sagte sie bei dem Rezept, wir haben dann die Rezepte besprochen, da sagte sie, ja, kann ich denn da auch Sahne dran machen? Und da habe ich gedacht, das ist doch geil, wir sind so an der Stelle, wo man versucht, vegane Rezepte wieder umzupolen. Genau. Also sie waren natürlich so ein bisschen erschrocken, weil es geht ja genau darum, wie kann ich das ersetzen? Aber wenn es in beide Richtungen geht, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg, wenn jemand sagt, okay, wie... Total. Auf jeden Fall, was hast du so für Tipps, wenn jemand sagt, hey, ich würde da gerne tiefer einsteigen, ich möchte mal damit anfangen, ich weiß nicht, ob ich das so radikal kann. Hast du so ein paar Tipps? Also erstmal würde ich immer sagen, mit der Sache komplett entspannt umzugehen. Ja, also es kommt ja immer darauf an, aus was für einer, aus was für einem Impuls heraus, ich mich sozusagen damit befasse, also wenn ich jetzt irgendwo eine Krankheit habe oder was weiß ich nicht was, würde ich auf jeden Fall immer gucken, die gibt es mittlerweile einen guten Ernährungsmediziner da irgendwie mit ins Boot zu holen. Ich weiß, die sind jetzt nicht breit gestreut, aber die gibt es und dass man so eine Ernährungsumstellung, wenn man halt gesundheitliche Probleme hat, wirklich Stück für Stück macht. Nicht ganz so radikal, wie bei mir damals. Bei mir hat es glücklicherweise funktioniert, da hat aber auch keiner irgendwie von außen irgendwie rufiguckt. Ich habe mich da einfach reingeschmissen und das war gut. und wenn man einfach sagt, ey, ich habe Bock auf anderes Essen, ich habe Bock auf frisches Essen, ich möchte vielleicht ein bisschen umweltbewusster essen und ich habe mit Tierethik was zu tun, du, dann kauf dir einfach ein paar geile Kochbücher, guck dich irgendwie auf YouTube um, da kann ich jetzt natürlich meinen YouTube-Kanal hier, hier kocht Alex, den verlinken wir auf jeden Fall, von Herzen empfehlen und einfach, einfach nachkochen. Also wenn man Bock auf wirklich leckeres, abgefahrenes Essen hat, also dann steht einem da überhaupt gar nichts im Wege und ich sage immer wieder, es hat nichts, aber auch gar nichts irgendwie mit Verzicht zu tun, sondern ganz im Gegenteil, ich habe über diese Ernährungsumstellung und auch heute noch, sehe ich immer so viele Sachen, die ich noch nicht gegessen habe, dann gibt es nochmal wieder ein paar Bohnen, wo ich denke, die hätte ich ja noch nie gesehen und dann probierst du die mal und es macht einfach so einen Spaß, sich so zu ernähren, das macht in der Küche Spaß, also Sachen einzukaufen, die zu verarbeiten, das Lebensmittel ganz anders wahrzunehmen, also wirklich bewusst einkaufen zu gehen und einfach zu gucken, ey, was spricht mich jetzt hier gerade an? Also ich bin wirklich derjenige, ich gehe einkaufen, nicht mit einem Einkaufszettel, sondern ich kiege einfach, was für Farben, was spricht mich einfach an? Und dann packe ich das ein, weil ich mir da mal sage, da kann nachher das Allerbeste bei rauskommen und nicht irgendwie, heute will ich ein Gulasch machen. Na klar, wenn ich das geplant habe für eine Feier, dann kaufe ich genau danach ein, aber ansonsten bin ich wirklich so, ich kiege einfach mal. Und dann fällt immer irgendwas in den Korb, wo ich gedacht habe, ach, das hast du lange nicht gegessen und ich weiß jetzt zwar noch nicht, was ich damit machen will, aber ich packe es mal ein, irgendwie spricht es mich an. Das macht Spaß, wenn du da angekommen bist und dann schön zu Hause mit dem Messer alles schnibbeln und dann stellen Gerüche in die Nase und anbraten und schmoren und es ist einfach für mich der absolute Hammer, wirklich was mit Sinnlichkeit zu tun. Also wenn ich mich wahrscheinlich vor zwölf Jahren sprechen hören würde, wie ich es heute sage, dann hat der einen Knall oder was, aber genau das ist es. Das ist so viel, da sind so viele Emotionen mit dabei, alleine so Gemüse zu schneiden, wie gesagt, dann kommt meine Leidenschaft fürs Handwerk wieder dazu, eben Gemüsewürfelchen zu schneiden wie eins dem anderen gleich. Da lege ich zum Beispiel totalen Wert drauf. Wenn meine Frau irgendwie Paprika schneidet, könnte ich schon Stürmer werden, weil es eins groß, eins klein, wo ich mir denke, wie soll ich denn das verarbeiten? Dann ist eins weich, das andere knackig. Ich bin da so wirklich Handwerker, Perfektionist. Ich liebe einfach kochen und pflanzliches Kochen macht richtig, richtig viel Spaß und gibt einem extrem viel. Wir sind jetzt mittlerweile sogar so, dass wir uns einen Gemüsegarten angelegt haben. Wir ziehen Sproffen, also wir haben da so richtig Bock drauf. Also wir haben so pinke Lampen überall und unsere Nachbarn sagen schon immer, okay, was macht ihr denn da oben? Kann man da jetzt klingeln oder sowas? Weil dieses pinke Licht, um diese Pflanzen vorzuziehen und sowas, das ist schon ganz witzig. Und ich mache das ähnlich wie du. Ich gehe auch in den Supermarkt und mein Mann, der sagt immer, ich mochte nie Salat. Ich habe immer gesagt, was haben die Leute an Salat? Aber Salate im Durchschnitt oder Gemüse wird halt oft mega langweilig zubereitet von Menschen. Das ist in Deutschland so die Kultur, in Wasser kochen und Soß-Hollondais drüber. Fertig. Aber was du, wie geile Aromen du da haben kannst, es ist ja mittlerweile wirklich schon viel, 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 viel besser geworden. Mein Einkaufsverhalten hat sich total verändert. Ich gehe in bestimmte Abteilungen ja gar nicht mehr rein. Ich weiß ja schon, ab einem gewissen Punkt, und das fand ich so gut, am Anfang habe ich wirklich beim Einkaufen mega lange gebraucht. Ich bin immer so ein Einkäufer gewesen, wie du das beschrieben hast, und auf einmal konnte ich das nicht mehr. Also ich wollte das nicht mehr, ich wollte das ja verändern und musste bei allem immer lesen und gucken. Und irgendwann hast du aber genau so einen Automatismus. Ja, du weißt direkt, ah, Kokosmilch, da muss ich nochmal vorbei, da ist die Hafer-Sahne und tralala. Und du hast irgendwann genau so einen Automatismus da drin. Und ja, ich hoffe, wir konnten ein paar Menschen inspirieren. Weil, ich finde diesen Titel auch so geil von der fetten Bete hier, dieses Gemüse feiern, das Buch auch. Ich finde aber auch deine Bücher sehr, sehr gut. Also kann ich mega empfehlen. Wir verlinken auf jeden Fall auch alles von dir. Aber genau das ist es. Gemüse feiern heißt für mich das Leben feiern auch am Ende. Weil Gemüse ist lebendig. Essen ist lebendig. Genauso wie du lebendig bist und ich. Ja, erzähl mal. Und wenn man das dann wirklich auch noch so frisch wie möglich nimmt, das ist etwas, was ich immer sage. Das, was du gerade gesagt hast, so irgendwas kochen, Soße Hollandaise drüber, fertig. Du, das ist natürlich auch mal lecker. Also ja, wenn irgendwie Spargelzeit ist, mal eine Soße Hollandaise, alles gut. Aber das sollte wirklich mal am Rande geschehen. Und auch frisch kochen und täglich frisch kochen, umfangreich kochen, hat jetzt nicht unbedingt was mit viel Arbeit zu tun. Also wenn man jetzt von einem Salat oder so ausgeht, ich habe das immer ganz gerne, mache ich mir am Wochenende mal eine große Flasche Dressing. Ich sage mal, mein Lieblingsdressing ist tatsächlich auch wirklich nur so ein Standarddressing. So ein bisschen Öl, Senf, Agavendicksaft, Zitrone, Salz, Pfeffer. Ich liebe das, aber das auf verschiedene Salate drauf. Dann schmeckt jeder Salat schon mal anders und auf den einen mache ich dann noch ein selbstgemachtes Pesto mit drauf und auf den anderen noch angeknusperter Haselnusskern. Also das kann man ja wirklich erweitern, wie man will, so dass man wirklich aus relativ einfachen, simplen Zutaten immer irgendwie auch mit dem gleichen Dressing jeden Tag trotzdem anderen Salat haben kann. Also einfach irgendwie ranwagen. Also was ich zum Beispiel jetzt irgendwie mache, das gibt es ja mittlerweile auch fast in jeder Gegend. Wir haben hier so einen großen Bio-Bauern um eine Ecke, wo wir einmal in der Woche, also ab März oder April geht es immer los, eine Bio-Kiste holen. Und da ist irgendwie total spannend. Da weiß ich ja nie, was ich kriege. Und das ist auch schön, ja, wenn man einfach Dinge bekommt und dann hast du die, ja, ja, was machst du denn jetzt gerade damit? Und dann hast du aber mal eine frische rote Beete, eine Ringelbeete, ja, was schmeckt wie rote Beete, aber ganz anders aussieht. Und dann stellst du dir ein Essen rein nach Farbe zusammen oder so und das schmeckt immer, das ist einfach der Hammer. Boah, ich könnte jetzt gerade hier tausend Rezepte aufzählen. Ja, ich freue mich auch. Und wenn ich das mal nicht schaffe, bin ich auch total, kennst du das mal, hat so einen Hieb dann und denkt, boah, ich bin voll unbefriedigt. Ja. So was das Essen angeht, weil, also ich hole mir dann auch hier mal eine Pommes, wenn ich es nicht schaffe, was vorzubereiten und mitzunehmen ins Büro oder sowas. Aber ich merke so nach, wenn ich das ein, zwei Tage nicht gemacht habe oder drei Tage, dann denke ich, ich bin, ich habe so einen Hype danach, so einen Hype wie Heißhunger. Mein ganzer Insulinspiegel geht durcheinander und ich denke, alles klar, muss man wieder kochen. Also von daher, Alex, ich finde es super, dass du diesen Weg für dich gegangen bist. Erstmal schön, dass es dich hier noch gibt auf dieser Welt. Nicht nur für dich, für deine Familie und auch für das, was du den Menschen hier liebst und wie du inspirierst auf deine Art und Weise. Danke gleichfalls. Du bist auch einfach du geblieben. Das ist richtig, also habe ich so das Gefühl. Das ist richtig, richtig schön und dass man auch nicht irgendwie irgendwer spielen muss oder irgendwer tun muss, als ja so, ich tue jetzt mal so, als wäre ich so und so. Also du hast, du bist einfach du geblieben, habe ich das Gefühl. Würde ich so unterschreiben. Ja, ne? Und das finde ich halt auch ein schönes Vorbild, weil ich auch immer in der Arbeit erlebe, dass die Leute meinen, sie müssen irgendwie eine Rolle spielen oder irgendwas Besonderes tun, um dann irgendwie Menschen zu erreichen oder sowas. Und ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall und es ist schön, Menschen wie dich hier zu sehen im Social Media, die ihren Weg gehen, die das teilen und damit halt auch ganz, ganz viele Menschen inspirieren. Wo man dich findet, haben wir ja schon gesagt. Magst du das nochmal kurz teilen? Wo findet man dich, wenn man sagt, ja, Alex will ich jetzt auch mal ein bisschen stalken? Also, auf YouTube, mein YouTube-Kanal heißt Hier kocht Alex, mein Instagram-Kanal heißt Hier kocht Alex, mein Facebook-Kanal heißt Hier kocht Alex und man findet alle meine sechs veganen Kochbücher, wenn man irgendwo hier kocht Alex eingibt oder Alexander Flor oder Alex Vegan, kommt man definitiv auch über auf meine Kanäle, auf meine Kochbücher. Hab jetzt auch aktuell seit Januar angefangen mit einem Podcast, da geht es aber gar nicht um vegan, das ist einfach nur so ein, ja, so ein Laber-Podcast mit einer Freundin, mit Kerstin Landsmann. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, verbotene Liebe, ist, glaube ich, 1995 gestartet, sie war damals so der Teenie-Star und heute ist sie die Hauptkommissarin von Soko Köln schon seit 20 Jahren und wir haben einfach so ein Laber-Podcast, einfach quatschen. Ich habe gesagt, das ist das Einzige, was nichts mit vegan zu tun hat. Natürlich sind das auch immer mal Themen mit drin, aber irgendwas außerhalb, da geht es einfach nur, einfach dämlich quatschen. Nicht mehr, nicht mehr. Ja, sag mal so, in meiner privaten Freizeit muss ich auch nicht über Hypnose reden. Ja, genau. Oder Unterbewusstsein, das mache ich ja den ganzen Tag. Ja. Und dann ist es halt auch einfach mal schön, einfach mal zu quatschen. Das ist schon klar. Richtig. Ja, richtig cool. Also wir verlinken alles. Du kannst mir das auch gerne nochmal per Mail zukommen lassen oder meiner Mitarbeiterin. Und ich danke dir, dass du da warst. Richtig cool. Danke, dass ich hier sein durfte, Simona. Grüß mir die beiden hier, Jesse und Nadine. Nee, Christina. Christina. Genau, Jesse und Christina. Wenn du sie mal hörst. Wir haben hier Werbung gemacht. Ja, und das von Herzen. Und das von Herzen, genau. Fette Bete in Krefeld. Richtig tolles Restaurant. Ja, schön. Und dir wünsche ich dir jetzt einen ganz großartigen Tag, egal was du noch machst. Videos schneiden. Ich muss heute Videos schneiden. Ah, du musst Videos schneiden. Machst du das? Ja, ja, das mache ich alles alleine. Ich drehe alleine, ich schneide alleine. Ich bin so eine One-Man-Show hier mittlerweile. Ja, ich drehe alleine, mein Mann schneidet netterweise. Sehr gut. Und manchmal sage ich immer, Schatz, es tut mir leid, du musst nochmal anfangen. Schicke ich nette Botschaften. Ich liebe dich, danke, dass du das tust. Über den Videokanal. Und hoffe, dass er es sieht, weil manchmal schneidet er auch ganze Stücke weg. Dann sage ich, hast du meine Botschaft gesehen? Und er sagt, nö. Habe ich weggeschnitten. Sehr schön. Okay, also ich danke dir und ich freue mich, wenn wir irgendwie in Kontakt bleiben. Definitiv, Simona. Ich danke dir auch. Hab einen schönen Tag. Tschüss. Das war das Interview mit Alex Flohr. Hier kocht Alex bei YouTube. Unbedingt nochmal reinschauen. Auch seine Kochbücher, wir verlinken dir alles hier in den Shownotes, wo du ihn findest. Und ein unglaublich inspirierender Mensch, der losgegangen ist für sich selbst und jetzt auch in seiner Umgebung Menschen inspiriert. Und das ist genau das. In dir muss brennen, was du den anderen entzünden willst. Also Marc Aurelius hat das, glaube ich, gesagt. Genauso ist es für mich mit der Hypnose. Deswegen haben wir den kostenlosen Null-Euro-Kurs für dich kreiert, damit du einen tieferen Einblick bekommst, damit wir mal aufräumen mit den ganzen Vorurteilen, was Hypnose nämlich nicht ist. Und es gibt dir die Möglichkeit, die Kontrolle zurückzubekommen über dich selbst. Denn in der Regel ist es so, dass dein Gehirn halt dich nicht fragt, wie es etwas bewerten möchte. Und gerade was das Thema Ernährung angeht, kannst du mit Hypnose mega viel verändern. Du kannst nämlich Dinge, die im Moment für dich neutral verknüpft sind oder sogar vielleicht unangenehm verknüpft sind, ins Yes-Setting schieben, in die positive Bewertungsstruktur schaffen. Du kannst Bewegung und Aktivität positiver bewerten, sodass du ein angenehmeres Gefühl hast, wenn du an diese Dinge denkst und dich gar nicht mehr selbst davotierst und abhältst, sondern Lust hast darauf. Also hol dir den Null-Euro-Kurs, schau da rein, ich freue mich von dir zu hören und zu lesen. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Deine Simone.